Hey Leute und Willkommen! Vor dem Video wollte ich mich erstmal bedanken für die 30 Abonnenten. Wie ihr oben rechts seht, habe ich jetzt die 30 Abonnenten und das finde ich einfach mega, mega krass von euch. Und ja, zweitens wollte ich sagen, dass ich die Varus-Streams jetzt einfach runtergenommen habe, weil man halt wirklich unsere Koordinaten gesehen hat und das wurde dann einfach viel zu gefährlich. Und ja, also wir wurden von Paul Hendrik nochmal drauf aufmerksam gemacht, glaube ich, so heißt du. Ich bin mir nicht sicher. Sorry, wenn ich dich jetzt versprochen habe. Auf jeden Fall, danke Paul an dich oder Hendrik, keine Ahnung. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, die nächsten Varus-Streams werde ich wahrscheinlich auch immer runternehmen, damit man einfach nicht die Kord sieht und unsere Base grüfen kann, weil wir haben da extrem viel Mühe reingesteckt. Und Paul oder Hendrik, ah man, ich habe keine Ahnung, hat uns auch nochmal Stuff gegeben so und uns einfach mega geholfen. Und ja, da wollte ich einfach nochmal so sagen, danke an alle und nochmal vielen Dank für die 30 Abonnenten. Echt mega, mega krass. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Skywars mit dem Luca. Ja, moin Leute, Apo-Trocken am Start. Wow, und die bauen sich hier. Die bauen sich alle zu, danke. Na, renn doch in die Mitte, du. Wie soll ich denn bitte in die Mitte kommen? Ja, Fynn, hast du dir den Hack? Ja, ich kann dir jetzt nicht mehr helfen. Aurel, du bist schon ein Bastard, irgendwie so. Leute, wer findet, dass ich ein Bastard... Okay, okay, Jan, halt es noch. Oh Gott, hier ist einer, ich werde sterben. Spaß, ich habe ihn gekillt. Tschüss. Oh mein Gott, da ist noch einer. Oh mein Gott, ich bin gerade am sterben. Hab ich den einen? Oh, ich hab sie. Bekomme ich den anderen? Oh, das war ein Team, Alter. Lauern sie mir einfach auf, diese Schlawine. Okay, nein. Oh, ich hab kein Holz, bruh. Aurel, könntest du mir mal helfen und ein Schneeweil vielleicht? Auf unserer Insel, da oben ist einer. Siehst du den, kannst du den runter eiern? Nein, Achtung! Junge, ich schwöre dir, ne? Warte, ich versuche ihn zu treffen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Dann bau dich auf die Mitte. Alles gut, Aurel. Luca rasiert, Leute. Und was wolltest du ansprechen, ne? Du wolltest ja nix ansprechen, so. Nee, eigentlich wollte ich überhaupt nicht ansprechen. Okay, Leute, merkt euch, Luca ist behindert, aber das wisst ihr ja schon alle. Insofern, ich warne euch, sendet keine FAs an ihn, denn davon hat er eh viel zu viele, die er nicht an sind. Das stimmt. Aurel, aufpassen, da kommt einer zu dir. Wo? Aurel, da. Da. Das liegt er sich... Spaß. Luca treut den Skywurst. Schau mal, werf die runter, die Suppen. Die Suppen. Die Suppen, hier. Ja, hab den ein. Oh. Achtung, holen ihn dir. Wir sind über ihm. Aufpassen, ich brauch Webs. Go. Warte. Oh. Werf ihn runter, werf ihn runter. Ich hab keine mehr. Wow. Richtig skillig. Er hat grad Feuerresistenz drin, dann dreh ich ihn auch. Weißt du was? Ich werde... Man ist... Lalalalalalalalalalalalalalalala... Ich mach das, ich bin weg. Und jetzt. Fuck. Tja, mein Freund, da hast du jetzt verkackt. Würde ich einfach mal so sagen... ich hab's überlebt. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich bin nur bis auf die Hälfte Leben. Hier ein Gap. Hier ein Gap. Hinter dir liegt ein Gap. 2 Gap. Essen wir den? Ich hab einen drin, aber ich hab keinen mehr. Okay, warte. Du hast einen Gap, aber du hast keinen mehr. Ja, ich hatte 3. Ich hab dir aber aus Versehen 2 Gap. Ja, alles gut. Was? Hast du den? Weiß ich nicht. Nein, er ist nach oben. Ich will schauen, ob er... lebt der? Ich glaube, er ist tot unten. Ich glaube, er stirbt. Gib mir den Gap. 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 Da oben sind noch welche. Gib mir den Gap. Jetzt muss so spannende Musik dahinter gelegt werden. Jetzt machst du richtig creepy. So lalalalalalalala. Immer dieses Flammensort. Achtung. Achtung. Die kommen auf dich. Achtung. Oh, Digga. Haha. Das passt. Hab den einen. Wow, ich bin tot. Was? Ich überleb. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Zwei Herzen. Bruder, okay, ich versuch den... Ich hab mal angeln. Pass auf, pass auf, ne? Nicht, dass der dich stormt. Wow. Das fragt. Okay, er lässt Wasser ab. Ha, ich wusste es so. Er ist unten. Er ist unten. Da oben. Hab den. Hab den. Hab ihn. Oh mein Gott, da oben. Hau ihn runter. Hau ihn runter. Hau ihn runter. Nice, ich hab ihn gekillt. Nochmal in der Luft. Alles ob. Digga, wir haben ihn so zer... Nein, die ganze... Alter. Nein, ich sterbe. Ich bin runtergefallen. Der kennt da. Du musst das Wasser setzen. Setz Wasser. Ich sterbe sonst. Hab ich ihn bekommen? Ich bin tot. Nein, du hast gewonnen. Gigi. Gigi. Gigi unledged. Hashtag unledged. Alles klar. Okay, Leute, ich würd sagen, nächste Runde. Gut. Okay, weiter geht. Katja. Katja Peck, alter. Einer benutzt das Katja Peck. Geh mal. Schreibt mal rein, ob ihr das Katja Peck benutzt. Und falls ja dann bekommt ihr... dann kommt ihr in meine Ente. Was? 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 Was was? Was was das? Was los? Ist du behindert? Was machst du bitte? Wenn man behindert ist? Ich such dir Du bist ja irgendwie ein Varus. Doch. Ja. Der, der den Spiegel nicht versteht. Ja, was? In meinem Texture Pack sieht das so aus wie Dias. Mann, wo sind denn hier Dias, bitte? Ich muss Stripmine. Ich muss Stripmine. Da hab ich ja schon einen neuen Titel. Oh, 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 oh. Wenn ich den bekomme. Was? Fuck. Oh, Mann. Noch eine Runde. So, Leute. Dritte Runde, nachdem Luca endlich beim Stripmine verreckt ist. Ja, genau. Spaß. Digga, ich hasse die Map. Hier kriegt man immer so Drecks-Equip, Alter. 3, 2, 1. Free to one. Happy. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Er ist Pyro. Oh, oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Oh. Oh. Ich bin so... Ich kann nichts machen, Alter. Warte, ich schmeiß den Verzauberungstisch runter. Wir bekommen die ja nicht. Ja, geh rauf, geh rauf. Das bringt sonst nichts. Der ist eh full. Ja, was soll ich machen? Das kommt wirklich ins Video. Schau mal, was ich kann. Oh, die Map. Weißt du noch? Nein! Die Scheiße, Alter. Ich brauch ne Hose. Ja, ich hab ne Hose. Nice. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt so manche Leckerei. Da ist es nicht fertig. Mir jetzt holen. Damals gab's beim Dings ja noch, beim Pyro-Kit meine ich jetzt. Damals gab's dann noch die Goldrüstung. Das war eine bessere Zeit hin. Oder, wenn ich mich nicht irre, gab's da wirklich noch die Goldrüstung. Brrr. Es gab mal ne Goldrüstung? Stimmt, kann sogar sein. Er bekommt nicht. Er bekommt nicht. Okay. Wie bist du? 3, 2, 1, er hat mich. Ich bin schon auf der anderen Insel, du Spake. Ach Junge, warum sagst du mir denn nichts? Ja. Bekomm ich den zweiten? Ja, okay. Er hat mich. Ja, wow. Ja, genau. Ich reiß die Runde trotzdem noch. Alleine in der Mitte. Was ist denn Spaß, ne? Hä, Junge, wenn du dich wegbaust. Ja, ich sag's dir doch. Ich baue mich weg. Ich hab nicht zugehört. Ich war dir nie zu. Oh, Leute, ich werd sterben. Ja, bitte verreck, 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 verreck. Ja. Ja. Nein. Ich bin noch eine Runde dran. Ja. Okay, Leute. Letzte Runde und letzte Runde. Na, egal wie diese Runde wird. Wahrscheinlich eh scheiße. Wir werden sie nehmen. Weil die letzten Runden liefen irgendwie so. Jetzt sieht man kurz alle unsere Todesszenen. Nein. Mit nem Bra dahinter. Bra, 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 bra. Ich hab mal wieder so ein Dreckssequent. So, jetzt auch, ey. Jetzt musst du mitkommen. Ich steh direkt hinter dir, wenn du jetzt nicht runterfällst. Aurel. Ja, okay. Hinter uns kommen welche, hinter uns kommen welche. Wirklich? Wir sind schneller da. Ja, 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 bau dich hoch, bau dich hoch. Du fetter. Lebst du? Ja. Ich lebe. Nee, du bist gestorben. Ach nee, der hat so ein Labymod-Zeug. Deckt der? Achtung, er ist da. Bist du tot? Nee, ich bin voll. Haben wir ihn. Hab den ersten. Und der zweite, den sollten wir auch noch bekommen. Der ist grad da unten. Der hat nur ne, der hat nur ne Eisenachs. Ja, haben ihn. Was? GG. GG. Gib mir mal Stuff von ihm, bitte. Äh, nee. Achtung, hinter uns, hinter uns! Hab ich ihn? Was? Nee. Okay, Leute. Das war's. Wir haben so nen Fluch, Alter, was ist das? Wir haben so nen Fluch, Alter, was ist das?